So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich hab letztens hier mal, also eine neue Folge Pokémon GO, ich hab letztens hier mal in meinem Pokédex rumgewühlt, habe jetzt mal hier schon das Kando platiniert, ne, haben bei Yoto geguckt, da fehlt jetzt hier nur noch, ähm, Ho-Oh, aber der kommt ja eh in die Krypto-Rates irgendwann. Dann haben wir hier, da haben wir Höhen, hä? Ach ja, das war Yoto. Dann haben wir Höhen, da blickst du gar nicht durch, da fehlt noch so viel Zeug, wahrscheinlich auch das Seen-Trio, hier ist dazwischen noch Groudon und so Zeug. Dann haben wir hier Sino, Sino, ach, du meinst, da fehlt auch das Seen-Trio, das ist einfach bei beiden drin. Mir ist aufgefallen bei Einal, ist hier das erste Ding. Ist ein Schatten da, ist schon mal gesehen, ne, sagen sie dir. Vor allem krass, dass Otaro fehlt als Start, aber hier ist Victini, Victini, Victini 1 gesehen, Gefangen 0. Hm, jetzt habe ich aber hier im Spezial eine geheimnisvolle Energie, 5 von 6, und da ist die Aufgabe, mach einen Schnappschuss von Victini. So, wenn ich aber Victini eingebe, ich habe doch gar keinen Victini, wie soll ich denn einen Schnappschuss von Victini machen, wenn ich gar keins habe? Natürlich, wir holen einfach eins ab, hey! Denn da ist Victini, und deswegen mache ich eigentlich gerade das Video. Wir sehen wieder mal keine WP, wir sehen Lametta, was durch die Gegend fliegt. Oh, das sah aber cool aus, wir werfen einfach mal drei Bälle drauf. Wie, drei, eins. Oh, es kommt raus, wir müssen den zweiten Ball werfen. Ne, das ist ja bei den mysteriösen Pokémon eigentlich immer so, die aus der Spezialforschung bekommen, dass das erst im dritten Ball drin ist. Jetzt, ihr seht, der hat einmal gewaggelt, beim zweiten Ball hat er zweimal gewaggelt, und jetzt müsste er drin bleiben. Garantiert. Warum habe ich jetzt keine gelbe Beere genommen? Das habe ich schon wieder verkackt. Irgendwie verkacke ich das immer. So, 3 XL, drei normale, 5500 Staub, 5.770 hier, Pokedex-Eintrag. Das war richtig dumm. 13,78. Es ist ein dreisterniges, mit 15 Angriff. Wie hoch kommt so ein Teil? Auf 3.636 ist wieder was, was für mich jetzt absolut keinen Sinn macht, irgendwas mitzumachen. Da der Habanero-Account hier, ja, Free-to-Play-mäßig, der wird nie so viel raiden, dass der über Sonderbonbons und XL-Sonderbonbons mal ein mysteriöses hochzieht. Und wenn, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht Victini hochziehen. Weil, weiß ich nicht, da würde ich eher ein Meloetta, weil das mega hochkommt, so aus Spaß. Obwohl, das hätte ich nur gemacht, weil ich ja Main in den 98er hatte. Damals. Zarude. Das ist schon eher was. Das sieht cool aus. Das ist brutal und überhaupt. Jetzt machen wir aber den Schnappschuss. Wir sollen ja einen Schnappschuss machen. Machen wir also mal den Schnappschuss hier von Victini. Adi, Schatz. Guck mal. Machen wir einen Victini-Schnappschuss. Nein. Ja, der war jetzt nicht so schön. Den habe ich mir anders vorgestellt. Jetzt ist, mach ein Schnappschuss auch weg. Jetzt haben wir ja noch 20 Victini-Bonbons. Wir haben ja noch Rauch drin. Wir haben nochmal 1000 EP. Wir können hier Sticker abholen, nochmal Staub und nochmal ein Sternstück und auf der letzten Seite hoffentlich nur Sachen, die wir direkt auch abholen können. Ja, nämlich nochmal 3000 EP, 3000 Staub, 3000 EP, nochmal Bonbons, ein Glücksei, ein Modul. Jetzt weiß ich nicht, ist durch das Abschließen von dieser Forschung, kriegen wir dann schon wieder direkt die nächste Forschung oder auch nicht. Das ist immer so kompliziert, ihr müsst ja immer, na gut, ihr müsst nur, wenn ihr bei einer, glaube ich, auf Seite 4 angelangt seid oder so, schaltet sich automatisch eine neue frei. Aber alles ist gleichzeitig. Hier traue ich mich jetzt gar nicht abzuholen, weil da müsste ja wahrscheinlich Shirachi drin sein. Wenn ich Shirachi eingehe, ich habe keinen Shirachi, man kann es ja auch nicht verschicken. Das heißt, da brauche ich wieder ein extra Video für Shirachi. Hier, ansonsten haben wir gerade nichts, weil wir fast alles schon abgeholt haben. Mew ist schon da, Celebi ist da und ja, den Rest habe ich vergessen. Aber ich bin mal gespannt, wenn ich das noch abhole, ob ich noch eine kriege. Wo ist denn das Ding mit Zarude? Ich dachte immer, dass alle Spezialforschungen, die es so gab mit Mysteriösen, dass die sowieso für jeden Spieler nach und nach freigeschaltet werden. Man verpasst da nichts, auch wenn man jetzt erst in 10 Jahren anfängt, kann man immer noch die Mew-Forschung kriegen und die Celebi und die Shirachi und die Victini. Aber man muss immer ein paar abschließen. Das lasse ich jetzt aber so, wie es ist. Kurzes Video. Wie sieht es bei euch aus? Wie gut war euer Victini? Habt ihr ein gutes Victini? Meins hat, wie gesagt, 3 Sterne mit 15 Angriff. Das ist okay. Mehr werde ich damit nicht machen. Habt ihr schon mal was mit Victini gemacht? In der GBL gezockt oder so? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. So, weg. Aufnahme beenden.